Und hier ist Jean Beaubarnier, der Engel. Ein Engel, der vom Himmel fiel. Ich hab auf dich gewartet. Ich liebe dich. Das ist keine Liebe. Ich denke, es ist an der Zeit, dein Leben zu ändern. Inwiefern? Conte du Barry will dich dem König vorstellen. Contes Jean du Barry. Vor allem sollten sie direkten Augenkontakt mit dem König vermeiden. Das würde der Hof als Einladung verstehen. Einladung zu was? Zu Frivolität. Das war's. Vater, eure Verirrungen machen uns zum Gespät von Versailles. Der Premierminister wird nicht dulden, dass ein Straßenmädchen zu eurer Entourage gehört. Diese junge Frau ist meine Entourage. Ich liebe dich. Wir alle zählen auf euch, dass ihr dieses widerwärtige Weib vom Königshofer jagt. Hat der König weitere Mätressen? Jetzt lernen sie die dunkle Seite. Seine Majestät. Sie sind in Gefahr, Madame.